Innovative Elektronik-Dienstleistungen und Bauteil-Recycling Begeisterung für Elektronik, so lautet der Slogan der BMK Group. BMK spricht branchenübergreifend Entscheider aus dem Einkauf, der Entwicklung und Technik an. Diese eher rational orientierte Gruppe wird mit einer emotionalen Bildsprache mit der Münchner Moth-Seglerin Franziska Mäge erreicht, die Welt-Viezeuropa und Deutsche Meisterin ist. Das überrascht, schafft Sympathie, Neugier und Vertrauen. Als führendes Kompetenzzentrum für Elektronik-Dienstleistungen begleitet BMK den gesamten Produktionslebenszyklus elektronischer Produkte von der Entwicklung über die Fertigung bis zum After-Sales-Service. BMK ist global aufgestellt mit Standorten in Israel, in Osteuropa und im chinesischen Shangzhou. Das Unternehmen unterstützt soziale Projekte und Vereine wie den Kinderschicksale Mittelfranken e.V. und die Elterninitiative Krebskranker Kinder in Augsburg Lichtblicke e.V. ensiko starkt compositionelt soda Sä거든요 Inte Schönen